Ah Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich mit euch über eines der Geheimnisse sprechen. Warum Steve Jobs so ein gnadenlos guter Verkäufer war. Und warum Apple unter Steve Jobs, ich meine heute ja auch noch, aber unter Steve Jobs so wahnsinnig viel verkauft hat. Und das erkläre ich euch ganz kurz. Let's go! Also, wenn du dir das mal anguckst, was Steve Jobs eigentlich damals gemacht hat. Wenn du dir das auf diesen Apple-Präsentationen anschaust, die er damals in einem Head-Office ja immer gemacht hat. Immer wenn neue Produktneuheiten rauskamen, dann hat er etwas getan, was du so gar nicht mitkriegst, wenn du das dir ansiehst. Aber es war so gut überlegt und es ist verkäuferisch einfach brillant. Und zwar, er hat einen sogenannten Twitter-tauglichen Slogan verwendet. Was ist das? Twitter-tauglicher Slogan. Früher konntest du bei Twitter ja nur sehr begrenzt Dinge tweeten, also irgendwas schreiben. Und sehr begrenzt heißt, es hatte 140 Zeichen, mehr war das nicht. Und jetzt hat Steve Jobs sich nicht überlegt, ich mach das wie Twitter. Aber er hat sich überlegt, für jedes Produkt, was er herausbringt, braucht er eine Kern-Message. Eine Kern-Message, die so on point ist. Die so voller Nutzen-Kommunikation ist. Dass sie am Ende, wenn er sie oft wiederholt, dazu führt, dass das das ist, was die Leute sagen. Dass das der größte Benefit ist, den die Leute verstehen. Und dass das das ist, was bei Apple dann auf der Webseite, in Anzeigen, in der PR, überall kommuniziert wurde. Das heißt, er hat sich das vorher überlegt. Und jetzt könntest du auch sagen, ja okay, so ein Twitter-tauglicher Slogan oder das, was er sich da überlegt hat, war im Prinzip sein Pitch-Satz. Sein absoluter Pitch-Satz. Und glaub mir, die Dinger saßen. Ich gebe dir mal Beispiele, dann wirst du merken, was ich meine. Als er damals dann den iPod vorgestellt hat, war sein Pitch-Satz, sein Twitter-tauglicher Slogan, kennst du vielleicht? 1000 Songs in deiner Hosentasche. Das klingt so simpel, 1000 Songs in deiner Hosentasche. Fünf Wörter. Aber wie viel, wie viel, wie viel Brain da drinsteckt? Jetzt müssen wir uns, ich weiß gar nicht, wann das war, 2000, ich weiß nicht, was ich falsch würde sagen, 2001 oder so. Ich habe keine Ahnung. Damals gab es MP3-Player und dann war irgendwie, ich weiß gar nicht, ich hatte damals auch einen und da konnten irgendwie 100 Songs oder so. Das war damals schon viel. Und dann kam er einfach raus, bringt einen, der kann 1000. Und deswegen war das damals einfach so, wow, 1000 Songs in deiner Hosentasche. Oder beim MacBook Air damals, glaube ich, ich kriege den Satz jetzt nicht 100% on point zusammen, aber er war so mehr oder weniger das dünnste MacBook der Welt, so dünn, es passt sogar in einen Briefumschlag. Irgendwie so. Was können wir daraus lernen? Boah, eine ganze Menge. Dein Angebot, was du vermarkten möchtest, wenn du das per Online-Marketing vermarkten möchtest, das heißt, du hast Werbeanzeigen, du hast Opt-in-Seiten, du hast E-Mails, du hast Verkaufsseiten, du hast Verkaufsgespräche, auch offline, dann hilft es, dass auch du dir einen sogenannten Twitter-tauglichen Slogan überlegst. Nochmal, der muss nicht auf 140 Zeichen reduziert sein, aber er sollte die Haupt-Benefits super kristallklar auf den Punkt liefern. Wie geht das? Was brauchst du dafür? Schau, das, was du brauchst, ist das, was ich immer ja wie folgt versuche darzustellen. Du brauchst dafür Zielgruppenwissen. Je besser du deine Zielgruppe kennst, umso besser wirst du darin sein, solche Dinge zu formulieren. Und die Aufgabe dieses, solch eines Satzes, solch eines Pitch-Satzes, ist es, Resonanz herzustellen. Resonanz. Was ist Resonanz? Resonanz ist, dass deine Zielgruppe über die Distanz, auf dem Bildschirm oder irgendwo lesen, sie ist keine Ahnung wo, sagt, hört aber interessant, die reagieren. Resonanz, da entsteht was. Und sie reagieren und tun im besten Falle das, was du willst. Klick hier, trag dich da, einkauf jetzt. Und das geht eben nur, wenn du deine Zielgruppe perfekt kennst. Aber was musst du denn eigentlich von deiner Zielgruppe kennen? Schau mal, es sind immer diese zwei Sachen. Deine Zielgruppe hat spezifische Engpässe, spezifische Probleme, immer. Sie hat aber auch spezifische Ziele, spezifische Wünsche, spezifische Bedürfnisse, immer. Das heißt also, deine Zielgruppe hat eine Ausgangssituation A und eine Wunschsituation Z oder Ziel, Wunschziel Z. Und dein Angebot, dein Angebot hilft ja idealerweise deiner Zielgruppe dabei, von A zu Z zu kommen. Denn dein Angebot ist ein Vehikel. Jetzt kommt's. Was ist dein Angebot? Das ist jetzt schon ein bisschen gehobene Kunst. Dein Angebot ist am Ende nicht nur das, was du verkaufst. Das finale Angebot, das finale Produkt, die finale Dienstleistung oder was auch immer. Sondern jeder einzelne Schritt in deinem Vertriebsprozess ist ein Angebot. Und wenn du vorne sagst, hier ist eine Werbeanzeige, klick da drauf, lieber Interessent, lieber Mensch aus meiner Zielgruppe, dann ist das das Angebot. Klick. Also verkauf dieses Angebot. Das kannst du, wenn du weißt, was sind die Pains und was sind die Pleasures. Was sind die Probleme, was sind die Ziele. Was ist die Ausgangssituation, was ist der Zielzustand, was ist der Wunschzustand deiner Zielgruppe. Das Angebot ist aber auch auf der Landingpage, trag dich ein. Hol dir meinen Gratis-Report, hol dir meinen Gratis-Video, hol dir meine Fallstudie oder was auch immer. Das ist auch ein Angebot. Das Angebot ist aber auch, guten Tag, ich esse eine E-Mail, öffne die mal. Das ist ein Angebot. Und verkaufe immer diesen Schritt. Das kannst du umso besser, je besser du eben die Schmerzpunkte deiner Zielgruppe, aber auch die Freudepunkte deiner Zielgruppe genau kennst. Das kannst du aber nur rausfinden, indem du raus aus deinem Kopf gehst und rein in den Kopf deiner Kunden. Weil du musst mit deiner Zielgruppe sprechen. Du musst wirklich mit dem echten Mark da draußen reden, um das herauszufinden. Und das nicht irgendwie isoliert in einem stillen Kämmerlein versuchen zu raten oder zu antizipieren. Das wird in der Regel in die Hose gehen. So und jetzt kommt's. Je besser du das kennst, desto besser bist du dann auch in der Lage, deinen Pitch-Satz oder generell deinen Pitch zu formulieren. Das muss ja nicht nur ein Satz sein. Das können auch eins, zwei, drei Dinge sein, wo du sagst, hey, mach jetzt das. Und ich verspreche dir, deine Vorteile sind eins, zwei, drei. Das kannst du da machen. Es sollte nur nicht ausufern. Du solltest nicht jetzt zehn Minuten darüber reden, sondern relativ schnell auf den Punkt bringen. Denk so ein bisschen an so einen Elevator-Pitch, wo du sinngemäß 20 Sekunden Zeit hast, während so einer Aufzugfahrt, jemanden davon zu überzeugen, das zu tun, was du willst. Und da war Steve Jobs gnadenlos, gnadenlos gut drin. Also, schau dir mal die Präsentationen von damals an, von Steve Jobs zum iPhone, zum iPad, zum iPod, whatever. Der hatte immer so einen twittertauglichen Slogan, weil er genau wusste, meine Main Message, mein Hauptbenefit, der muss so on point sein. Weil das ist das, was die Leute behalten. Das ist das, was die Leute behalten. Und dann hat er natürlich generalstabsmäßig das geplant. Er hat es auf der Bühne gesagt, in der Sekunde schaltet ihr die Webseite um von Apple und boom, stand dieser twittertaugliche Slogan da. Vorher haben natürlich die gesamte Fachpresse PR-Artikel bekommen mit der Information, Achtung, erst an diesem Datum, in diesem Uhrzeit veröffentlichen. Rat mal, was vorgeschrieben in diesen Presseartikeln drin stand. Dieser twittertaugliche Slogan. Da können wir doch so viel von lernen. Steve Jobs war ein Genie. Lass uns doch das Geschenk annehmen, was er uns gemacht hat, das zu verstehen und dann zu lernen und nachzumachen. Also, mein Tipp an dich abschließend hier aus diesem Video ist, überlege dir deinen twittertauglichen Slogan. Müssen nicht 140 Zeichen sein, können auch länger sein, kann ein Satz sein, können drei Sätze sein, drei Benefits, diese Kommunikation ist aber nicht mehr. Nie mehr als drei. Weil sonst, das können die Menschen nicht behalten. Und kenne dafür deine Zielgruppe. Kenne die Weg-von-Situationen, was wollen sie nicht mehr? Und kenne die Hin-zu-Situationen, was wollen sie? Und je besser du das kennst, desto mehr Menschen werden reagieren und das tun, was du willst. Weil, wenn ich dein Problem besser beschreiben kann, als du selber, dann wirst du automatisch glauben, dass ich es für dich lösen kann. Wenn ich deinen Wunsch besser beschreiben kann, als du selber, dann wirst du automatisch glauben, dass ich dir helfen kann, ihn zu erfüllen. That's it. Also, wenn dir das gefallen hat, hinterlass mir gerne mal deinen Kommentar hier unter dem Video, was du dazu denkst. Gib mir einen Daumen nach oben bitte, das würde mich total freuen. Und abonniere natürlich hier diesen Kanal. Und wenn du sagst, ja, okay, aber ich will dann noch mehr Praxiswissen haben, ich brauche eine Praxisanleitung, dann klick auf den Link hier unter dem Video und trag dich mal eins zu unserer Strategie-Session. Strategie-Session ist ganz einfach, wir telefonieren 30 Minuten miteinander, das Ganze ist gratis für dich. Aber du hast drei Vorteile. Erstens, wie du deine Kundengewinnung maximal automatisieren kannst. Zweitens, wie du deine Leistungserbringung maximal automatisieren kannst. Und drittens, wie du sehr schnell sehr profitabel wirst. Ob du schon ein Geschäft hast oder erst mal eins aufbauen willst. In beiden Fällen ist das der Deal. Also, klick auf den Link und trag dich ein für die Strategie-Session. Ansonsten, Daumen nach oben, kommentieren gerne, Kanal abonnieren. Ich freue mich aufs nächste Video mit dir. Ciao. Ciao.